So, und herzlich willkommen mal zu einem Grundlagen-Tutorial von dem Tello Auditor. Das Tutorial, was ich vor ein paar Monaten mal gemacht habe, ist mittlerweile veraltet, weil es sind extrem viele neue Funktionen zugefügt worden. Das hat sich alles ein bisschen verändert und deswegen werde ich jetzt hier mal ein neues Tutorial machen, wie es euch auch in den Kommentaren gewünscht wurde. Und ich beginne damit, wie man einen ganz normalen Text erstellt, der einfach nur farbig ist, ohne irgendwelche weiteren Schnickschnack. Dafür gehen wir einfach hier auf Tello 1.7 und fügen dann hier unseren Texten zu. Zum Beispiel einfach mal hier, einfach mal Hallo Kolimoni, einfach mal hier Ausrufezeichen, fertig, aus. Und wenn ich diesen Text farbig haben möchte, klicke ich hier auf eine Farbe, kann mir ausführen zum Beispiel immer blau und kann auch noch angeben, dass er fett, kursiv oder strichen und durchgestrichen sein soll. Alles ganz normal möglich. Kennt man ja von diversen anderen Formatierungsprogrammen in Richtung, oder, ja, weiß nicht, Textarbeitungsprogramme. Und einzige Besonderheit, den man vielleicht nicht kennt, ist diese Versteigerung. Kann man zeigen, wenn ich hier Text hinzufüge, gibt es auch hier unten eine Vorschau. Dann wird dann hier regelmäßig irgendwie der Text einfach nur mit sinnlosen Buchstaben ersetzt, wenn man das haben möchte. Sieht vielleicht manchmal ganz nett aus, kann man das auch machen. Ansonsten, wie gesagt, kennt man ja die ganz normalen Sachen, wie fett und so weiter und so fort. Und füge ich den hier hinzu, habe ich also hier den ganz normalen Text, Hallo Kolimuli. Und es gibt auch noch allerdings eine Vorschau. Hier unten wird mir einfach angezeigt, wie der Text aussieht. Muss ich also nicht immer hier alles in Minecraft ausprobieren. Kann es auch hier direkt machen. Das muss man machen, wenn wir mit dem Text schon zufrieden sind. Einfach nur einen farbigen Text, dann gehen wir hier rauf, probieren uns das ganze Ding und fügen das hier in den Command-Block ein. Einfach mal hier, hoppala, einmal kurz hier, STRG-UV, einfach mal links und dann klicken wir rauf und dann haben wir hier den Text, Hallo Kolimuli. Ganz normal, ohne weitere Problemchen. Wenn wir möchten, dass die Texte verschiedene Farben haben, klicken wir einfach hier auf Text hinzufügen und fügen noch einen neuen Text hinzu. Zum Beispiel einfach mal hier, äh, mal hier, schau dich um, Ausrufezeichen. Ich glaube, es ist hier nochmal ein Leerzeichen hinzufügen, ansonsten werden die Texte direkt aneinander geklatscht. Und das Ding soll zum Beispiel einfach mal hier in dunkelgrün sein und das Ganze soll nur unterstrichen sein. Jetzt keine weitere Formatierung. Klicken wir auf Text hinzufügen, haben wir jetzt hier einen zweiten Text, kopieren uns das wieder, ganz neun, das Ding hier, kopieren. Dieser Text ist nur dazu da, um das ein bisschen strukturierter darzustellen, ansonsten ist es ja erstmal egal. Und dann haben wir jetzt hier den Text, Hallo Kolimuli, schau dich um. So soll es ja auch sein. Auch zwei, ein paar hier im Command-Block, upala. So, einmal STRG V. Und dann haben wir jetzt hier einen neuen Text, einmal hier, Kolimuli, schau dich um. Weil das, das möchte jetzt natürlich ein bisschen overdressed, sage ich mal so, weil jetzt hier nicht so viele Effekte drauf sind, aber wenn man darauf steht, kann man das ja machen. Ich würde es ja nur zeigen, wie es funktioniert an sich. Und wenn das hier zu langweilt wird, haben wir noch die Möglichkeit, ein paar mehr Sachen hinzufügen. Dafür können wir einfach hier zum Beispiel auch auf L draufklicken und haben hier noch ein paar weitere Optionen, die wir in dem ganzen Text geben können. Wir können zum Beispiel sagen, dass wenn man auf diesen Text draufklickt, dass dann etwas passieren soll. Zum Beispiel kann ich hier sagen, dass ein Muffet ausgeführt werden soll. Zum Beispiel einfach mal slash gif coli boli, einmal ein Command unter Strich block. Das ist die eine Variante. So, aufpassen, dass man hier auch wirklich einen Slash angibt. Ansonsten wird der Text einfach nur irgendwie ausgegeben. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten wird hier nichts weiter passieren. Klicke mal auf Text hinzufügen. Kopieren das Ganze noch einmal. Können wir hier sehen. Das werden wir auf den Text draufklicken. Zeigen hier, STRG V und aufklicken, dass wir jetzt, wenn wir hier auf Kulimoli draufklicken, dass wir dann sozusagen ein Command-Block bekommen. Das ist eine weitere Variante. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, dass wir auch, wenn wir jetzt, wo wir mal zeigen, wenn ich hier auf diesen Text drauffahre, dass mir ein Text angezeigt wird, kann man zeigen, wenn ich hier auf den Text drauffahre, dass das Maus-Over-Ereignis ist, dann wird man ein spezielles Text angezeigt, zum Beispiel einfach mal, weiß ich nicht, was haben wir hier, hallo Kulimoli, hallo Echo, ist auch scheißegal. Mal zuzufügen, kopieren das Ganze wieder, woher kann man auch sehen, glaube ich, hier, wenn ich hier auf das Ding draufklicke, nee, das klappt nicht. Manchmal macht es sich glücklich, dass in der Vorschau das alles angezeigt wird, aber in dem Fall ist es jetzt nicht so. Müssen wir also, um das zu sehen, wieder kopieren, das Ganze in Minecraft einfügen, einfach hier wieder STRG A, STRG V und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, dass, wenn ich jetzt auf den Text mit der Maus drauffahre, dass mir dann hier, hallo Echo angezeigt wird. Ebenfalls eine Variante, die wir hier haben, aber es ist allerdings nicht alle, es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, dass man so der ganze Standard-Kranium machen kann. Und dann können wir uns hier auch noch probieren, ein Item anzuzeigen oder Entity oder ein Aron geschafft, also ein Archivement. Das Bug-Polus ist mir manchmal ein bisschen rum, ich weiß nicht, ob man da irgendwas Spezielles machen muss, also ich habe zum Beispiel hier probiert, bei Zeige-Item einfach hier entweder Stone oder Stone oder auch dann, ein Beispiel Minecraft-Doppelpunkt-Stone einzugeben, wollte aber alles nicht so doll funktionieren, auch mit er hat das nicht funktioniert, also kann sein, dass es noch ein bisschen rumbackt, aber möglicherweise gibt es da noch eine Möglichkeit, könnt ihr mal sagen, wenn ihr irgendwie, wisst ihr, was ihr da falsch gemacht habt, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ansonsten müsst ihr sie eben weglassen, auch was diese Einführung hier macht, weiß ich nicht ganz genau, aber es ist auch wirklich nur ein kleiner Teil, ansonsten kann man die ganzen Grundlagen-Dinge, die man wirklich braucht, kann man hier alle normal erfüllen. Weiter geht es dann, und zwar auf Schließen klicken und neuen Texten zufügen, auch zum Beispiel mit der übersetzten Variante. Ich kann zum Beispiel auch sagen, dass mir, wie gesagt, der Name eines Items angezeigt werden soll, dass meine Übersetzungsdatei drin ist. Gibt es da zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem deutschen Language Pack spiele, die Möglichkeit, dass mir hier zum Beispiel direkt das Holz, was ja als Oakwood bekannt ist, direkt mit Eichnoth angezeigt werden will. Diesen String kann ich mir auch anzeigen lassen, und zwar nehme ich jetzt hier bei dem ganzen Tag aus Einfügel, ich kann zum Beispiel einfach mal nach Oak suchen, natürlich muss man hier die Englischsprache auswählen, aber dann werden mir direkt wieder die ganzen Sachen vorgeschlagen, zum Beispiel der Tag für, jetzt mal gucken, zum Beispiel eine Wood Slap, genau, eine Oakwood Slap haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, das kann man angeben und mal auf Text hinzufügen klicken, dann wird uns jetzt hier, wenn wir das Ganze wieder kopieren, gleich als drittes der Name von der Oakwood Slap angezeigt, muss man aufklicken, STRG-V, das kann sich aus, dann sind wir hier schon, und jetzt haben wir hier als dritten Punkt, den wir noch drin haben, die Eichenholzstufen mit drin, je nachdem, mit welchem Language Pack wir spielen, würde ich jetzt die Sprache auf Englisch stellen, kann man kurz mal zeigen, Options, Sprache und das Ganze immer auf Englisch gestellt, wenn wir kurz gucken, hier Englisch, ganz normal, die UK, Hallo, genau, müssen wir kurz warten, hoppala, kurz warten, kurz mal, kurz Laden, Bildschirm, muss angezeigt werden, das können wir das anders mal kurz machen, das werden wir direkt nochmal zeigen, und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu speichern, zum Beispiel, wenn wir auf ShowSaves draufgehen, kann man uns das Ganze auch noch im Browser drin speichern, ich denke mal, das wird in den Cookies wahrscheinlich gespeichert, wenn wir hier kurz auf Save Current String aufgehen, muss man mal einen Namen geben, zum Beispiel einfach mal hier, unser, unsere, erste, Projekt, Projektdatei, ist auch eigentlich egal, Projektdatei, okay, dann haben wir jetzt hier uns gespeichert, muss man gucken, ja, ist gut, Save Current, genau, haben wir jetzt hier, die erste Projektdatei, und wir haben jetzt hier, zum Beispiel, einfach mal das Ganze Ding wieder auf alles löschen draufklicken, oder, ne, aufbrechen, aber kurz hier, Heidsaves aufgehen, dann einfach hier wieder das Ganze Ding löschen, und jetzt wieder auf ShowSaves draufgehen, und dann Load, unsere erste Projektdatei draufklicken, dann wird jetzt hier alles wieder geladen, das ist die Variante, um zum Beispiel wieder Texte, die wir mal irgendwann früher hatten, wieder zu laden, eine weitere Möglichkeit ist auch, dass, wenn wir jetzt, ich muss mal auf Heidsaves draufgehen, ja, ist gut, Heidsaves draufgehen, wir können auch, wenn wir das nicht gespeichert haben, auf Importieren draufklicken, und wir wollen mal zeigen, wenn ich zum Beispiel jetzt hier einmal auf das Land klicke, jetzt will ich mal zeigen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt die Beschreibung auf Englisch draufgestellt habe, dass mir jetzt statt Eichenholz-Stufe Urquot-Stab angezeigt wird, ist ja ganz klar, ebenfalls möglich, und was ich jetzt machen kann, ist auch, dass ich hier einfach mir irgendeinen Terror-Command, den ich irgendwo gefunden habe, mir einfach kopiere, und importieren kann, wenn ich zum Beispiel hier auf Importieren draufklicke, und einfach mal hier STRGV eingebe, und dann sozusagen den gesamten Terror-Command einfüge, wird mir automatisch, da haben wir natürlich den alten Command drin, wenn ich das mal kurz zeigen, wenn ich hier das Ganze wieder rauslösche, und auf Import draufklicke, und dann hier, wie gesagt, den gesamten Command einfüge, auf OK klicke, wird mir direkt der gesamte Terror-Command einfach strukturiert aufgelistet, also wie gesagt, ich kann da jeden überlebigen Text mir irgendwo aus irgendeinem Command rauskopieren, und den einfügen, da wird mir automatisch strukturiert, und ich kann den sofort wieder bearbeiten, dass ebenfalls eine neue Funktion hier hinzugefügt wurde, und das ist echt mega praktisch, und wenn ich den Bearbeit habe, wir einfach STRGV klicken und rauskopieren, alles ganz einfach, und dann haben wir noch die Möglichkeit, wenn ich mal hier auf Text hinzufügen hier genau, auch einen Scoreboard Objective oder einen Selecter auszuwählen, das Scoreboard Objective damit kann ich meinen speziellen Wert ausgeben lassen, und zum Beispiel kann ich mir den Wert vom Objective, zum Beispiel jetzt, hier zum Beispiel mal die Kills, kann ich mir angeben lassen, zum Beispiel die Plays vom Spieler Konimoli, muss ich mal zeigen, die Kills kann ich mir auch in einer speziellen Farbe anzeigen lassen, zum Beispiel in Dunkelrot, mit einer fetten Farbe zum Beispiel, Text hinzufügen, ich glaube den Rest kann man mal wegkauen, das haben wir alles schon gesehen, und wenn ich jetzt auf, mal kurz hier, das Ganze kopiere, und dann in Minecraft reingehe, muss ich mir ganz kurz mal das Objective Kills hinzufügen, jetzt haben wir hier erstmal auch schon den Command Block eingefügt, das ist immer wichtig, einfach noch kurz hier Time Set 0 gemacht, so, und wenn wir jetzt hier mit Scoreboard Objectives, opala, Objectives Add, einmal die Kills, glaube ich war das, kurz mal gucken, das waren die, genau, Killscore, muss ich nochmal groß schreiben, damit es keine Fehler gibt, so, kurz Kills hinzufügen, und das ist dann einfach mal, zum Beispiel ein Player Kill Count, und wir einfach mal hier Scoreboard, Player Set, Koli Moli, Kills auf 2, und wenn ich jetzt hier den Command ausführe, wird mir angeben, dass mein Score für Kills 2 beträgt, ich kann zum Beispiel, wenn ich einfach mal mit Scoreboard Player Set, die Kills auf 5 setze, und den Command nochmal ausführe, wird mir ausgegeben, dass mein Score für Kills 5 beträgt, das ist eine weitere Variante, und ich kann nicht nur Datenwerte ausgeben lassen, sondern auch die Werte von einem bestimmten Spieler, ich kann mir zum Beispiel anzeigen, dann mal wieder noch einen Text hinzufügen, den Spieler, den Selector hinzufügen kann ich hier, so, ich finde, guck mal kurz ein Leerzeichen ein, dann sieht man das besser, mal hier nochmal einen Text hinzufügen, einfach nur ein paar Leerzeichen eingeben, Text hinzufügen, haben wir hier ein Leerzeichen mit drinne, voilà, jetzt war es falsch, muss man nochmal editieren, jetzt habe ich hier einen Selector automatisch drin, dann muss ich das wieder löschen, und einmal wieder auf Text hinzufügen klicken, dann einfach mal unverarbeitet, und dann hier ein Leerzeichen eingeben, auch eine Möglichkeit, Text hinzufügen, haben wir jetzt hier einfach nur ein Leerzeichen mit drinne, damit eben keine, oder ein Platz dazwischen ist, und fügen wir jetzt uns hier nochmal einen Selector hinzufügen, dann kann ich angeben, welchen Namen ich noch haben möchte, zum Beispiel jetzt hier einfach mal ausgeben, name at our name ist gleich Quolimony, also ich kann nicht alles einfügen, was ich irgendwie drin habe, oder ich könnte anders machen, zum Beispiel auch einfach mal, äh, Score Kills mindestens ist gleich 1, damit werden wir alle Spiele ausgeben, die einen Score von Kills haben, der mindestens 1 beträgt, mal zum Beispiel wieder Farbe angeben, zum Beispiel einfach mal hier, eine goldene Farbe, Fett, Kursiv, ist ja wie gesagt alles möglich, und fügen das Gegenleid mal hinzu, kopieren uns das einmal kurz raus, und gehen wieder in Minecraft rein, einmal kurz hier wieder ausgeführt, und dann wird mir jetzt gleich wieder der Score von Killern gezeigt, und eben noch, alle Spiele, oder werden mir hier die Spiele aufgelistet, die einen Score von Kills, der mindestens 1 beträgt, meine Kills sind ja auch 5, deswegen ist das größer als 1, und deswegen wird mir hier den Namen ausgegeben, das ist eine weitere Möglichkeit, die ich habe, ansonsten bin ich glaube ich langsam am Ende angekommen, die Sachen, oder das Ganze können wir dann auch ausführen, wir spielen dann andere Dinge, zum Beispiel auch ein Execute Command, eigentlich fast das gleiche, das wird ausgeführt, kann man auch machen, ansonsten können wir auch noch einen Title ausführen, das mit einem Title Command funktioniert, jetzt eh nicht, wenn ich zum Beispiel mal hier, kopiere das ganze Ding, wird eben statt dem Title Command im Text, oder im Chat wird mir zum Beispiel einfach mal der Title Command ausgegeben, zeigen wir nicht hier, das mache so, STRG V, wenn zum Beispiel hier, einfach mal das ganze Ding hier, in den Titel reingeschmissen, sieht natürlich fett, bisschen komisch aus, obwohl gar nicht mal so sticht, muss ich sagen, wie gesagt, das ist eben mit dem Title Command, und dann gibt es nochmal den, wie gesagt, für den Subteil ist das glaube ich das gleiche, einfach aufklicken, dann haben wir hier den Text, statt für den Title Command, für den Title Command, und für Schilder und für Bücher, gibt es nochmal einen Spezialfall, da wird nochmal extra so toll, für Schilder und auch für Bücher, gibt es wie gesagt, da wird es in der Beschreibung verlinkt, und das sollte es erstmal soweit gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss!